Sie ist schön, erfolgreich und furchtlos. Daisy Lang, der optische Volltreffer der Boxsportszene. Ein Profi im Ring und vor der Kamera. Einst Kickbox- und Karate-Weltmeisterin, seit zwei Jahren Königin des Frauenboxens. Ihr Spitzname ist Programm. The Lady. Im Ring zeigt die attraktive Bulgarin dann ihr zweites Ich. Kompromisslos kämpfen und am Ende siegen. Daisy Lang, eine Sportlerin der Gegensätze. Ich bin eine Frau und plus Boxen oder plus Showspielerei, plus Action, das alle gehört zu meiner Persönlichkeit. Wir sind schon seit langer Zeit befreundet und ich finde Daisy sehr attraktive Mädchen. Zum Ersten, zum Zweiten sehr attraktive Boxerin. Und sie ist Weltmeisterin, das sagt etwas schon. Doch die Titelträgerin war lange nicht mehr aktiv. Zwangspause nach Verletzungen, doch das Comeback stets fest im Visier. Ihr Ehrgeiz ungebrochen, auch nach acht Monaten ohne Fight. Die Folge, das Trainingspensum hart wie nie. Denn bei der sechsten Titelverteidigung soll es keine Überraschungen geben. Daisy Lang will als Weltmeisterin weiter ungeschlagen bleiben. Die Angst vor einer Niederlage oder dem eigenen Versagen. Für sie nicht existent. Angst kann kommen, wenn du nicht sehr gut vorbereitet bist. Von jedem Fall, jeder Weltmeister und das. Sie ist richtig eine gefährliche Gegnerin. Sie hat schon viel Erfahrung. Und ja, ich finde, dass ich mit Simon, ich muss sehr ruhig versuchen zu bleiben und mit Kopf boxen. Die Angst vor möglichen Gefahren besiegen. Daisy Lang hat es im Vorfeld eindrucksvoll gezeigt. Fortsetzung heute Abend im Ring.